Hallo an die Fische Singles da draußen und herzlich willkommen zu eurer Liebeslegung. Diese Legung ist für dich, falls du die Fische im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Wenn du also mit dieser Legung nicht in Resonanz gehst, schau dir einfach deine anderen Zeichen an. Ja, ihr habt mich, ich glaube die letzte Single Legung hatten wir vor einem Jahr gehabt, ist natürlich sehr lange her. Ja, ihr habt mich immer mal wieder gefragt und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier eben eine Runde Single Legungen zu machen. Lasst es mich gerne wissen, wie ihr diese Single Legung findet, ob sie euch weiterhelfen, denn das ist natürlich der Grund, warum ich das hier mache. Es soll ja helfen und euch unterstützen. So, wir gehen in die Singles, die Fische Singles rein. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gedanken über die Liebe, Gefühle über die Liebe, Blockaden, Hupala, Moment, so. Okay, okay, also. Königin der Schwerter, vier der Kelche und der Nahe. Wir haben den Ritter, die Herausforderung sind die sieben Stäbe, Gedanken sind die drei der Kelche. Emotional vier der Schwerter und die acht der Kelche. Dann haben wir hier noch die zwei der Schwerter umgedreht und wir ziehen auch noch eine Karte. Hupala, das ist ja hier nicht so ganz gerade. Wir ziehen auch noch eine Karte mit den Moonology Karten. Also, ich habe das Gefühl, zum einen in der Vergangenheit, was sehr wichtig gewesen ist, dass es hier eine Kommunikation darüber, dass jemand nicht glücklich ist oder war. Irgendwas hat dich nicht wirklich glücklich gemacht oder erfüllt. Hier gab es aber auch eine klare Kommunikation mit jemandem, gefühlt über vielleicht Dinge, die dich nicht glücklich machen oder die die andere Person nicht glücklich machen. Ich habe das Gefühl, dich hat irgendwas hier auch in der Vergangenheit extrem frustriert, weil sich erstmal etwas nicht weiterentwickelt hat. Irgendwas war irgendwie stagniert. Mit der Königin der Schwerter könntest du die Person sein, die in der Vergangenheit gelernt hat, wirklich auch ehrlich und offen zu kommunizieren. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass man vielleicht hin und wieder einen Streit riskiert oder alleine dasteht mit der Meinung. Aber ich habe das Gefühl, für dich war gerade auch in der Vergangenheit das Thema Kommunikation sehr, sehr wichtig. Plus, es kann sein, dass du dich auch von Leuten wirklich abgewandt hast oder vielleicht einer ganz bestimmten Person, wo du gesagt hast, hey, das tut mir nicht gut. Das vielleicht macht mich nicht glücklich, das erfüllt mich nicht, aber grundsätzlich die Königin der Schwerter, die muss ihre Wahrheit sprechen und leben und steht lieber alleine da als in schlechter Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo man sie vielleicht nicht respektiert. Und ich habe das Gefühl, dass das, mir kommt gerade das Wort Lernaufgabe, ich habe das Gefühl, du als Fisch bist dadurch eine ganz große Lernaufgabe gegangen. Wir sehen ebenfalls in der Vergangenheit die vier der Kelche, so ein bisschen haben wir es schon angedeutet. Eine Situation, wo du frustriert warst, etwas könnte stagniert, wie sagt man, stagniert haben, sagen wir das so. Stagnation, Langeweile, das, was dir geboten wurde, war vielleicht nicht das, was dich wirklich glücklich und erfüllt hat. Und gleichzeitig hat dich diese Karte aber im Prinzip auch als Energie in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass du ein bisschen mehr, hier ist meine Jedi-Karte jetzt, deine Gefühle durchforscht hast, um zu schauen, hey, was brauche ich denn wirklich? Was macht mich denn wirklich glücklich und was erfüllt mich? Also ich nehme hier in der Vergangenheit in deinem Energiefeld eine Nach-Innen-Schau war, wo du wirklich mal geschaut hast, was du eigentlich brauchst. Nichtsdestotrotz kann das zusammenhängen mit einer Situation, die sich im Außen manifestiert hat, wo wir hier vielleicht gesehen haben, dass dich etwas frustriert oder sich einfach nicht so entwickelt, wie erhofft. Wir haben dann den Narren hier. Mit dem Narren in der Vergangenheit haben wir ein neues Kapitel. Du könntest also hier einer Sache den Rücken zugewandt haben, die dich nicht glücklich gemacht hat, wo du vielleicht klare Grenzen gezogen hast, um zu sagen, hey, ich fokussiere mich jetzt auf meine Zukunft. Zu einem gewissen Grad haben wir das hier auch. Ich nehme allerdings für den ein oder anderen Fisch wahr, dass es gerade eine Person in deinem Leben gibt, die hier in der kürzlichen Vergangenheit vielleicht neu oder dass es dann, nachdem du dich durch diese Aufgaben und diese Energien durchgearbeitet hast, dass dann hier vielleicht schon auch eine neue Person da lag, die dich auf irgendeine Art und Weise interessiert hat. Wie gesagt, der ein oder andere Fisch hat hier etwas hinter sich gelassen und hat gesagt, so, ich wage jetzt den Sprung ins Unbekannte, ich lasse das jetzt hinter mir, ich ziehe jetzt Grenzen, weil mich das nicht glücklich macht oder erfüllt. Und für den ein oder anderen Fisch kann zusätzlich die Energie schon eine Rolle gespielt haben, dass es hier irgendwie eine neue Person in deinem Leben gab oder die irgendwie in dein Leben gekommen ist. Der Ritter der Stäbe würde auch darauf hindeuten, zum einen kann es deine Energie sein, das heißt, wenn es deine Energie ist, dann bist du gerade vielleicht sehr aktiv. Du unternimmst viel, gehst deinen Interessen, deinen Hobbys nach, machst viele Unternehmungen, reist viel, bist also grundsätzlich sehr aktiv. Vielleicht bist du auch aktiv, was dein Business angeht und was gewisse Projekte angeht. Auch könntest du gerade sehr sozial sein, das würde auch die Drei der Kelche sagen mit deinem Fokus, dass du grundsätzlich sagst, ja, ich bin gerade wirklich sehr sozial, ich treffe mich mit Leuten oder treffe Leute in einem Kurs oder bei einem Hobby. Oder ich mache Ausflüge und treffe da hin und wieder mal Leute und man kennt sich irgendwie schon und das ist irgendwie total nett. Das sind so die kleinen Momente, sage ich mal, des Alltages. Aber auch das Thema Feier, das könnte hier auch gerade eine spezielle Feier für dich eine Rolle spielen oder gespielt haben. Eine Party, eine Feier, irgendwas, wo Menschen zusammenkommen, um eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Und dementsprechend könnte das zum einen deine Energie sein, wie du als Fisch gerade einfach sehr aktiv bist, vielleicht auch freiheitsliebend am Reisen etc. Auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus schaust und schaust, hey, ach, was möchte ich denn noch so vom Leben, was möchte ich denn erleben, in welche Richtung bewege ich mich denn jetzt? Gleichzeitig, für diejenigen, wo schon eine neue Person hier am Start ist, mit der du aber nicht zusammen bist, denn wir sind ja in der Single-Legung, haben wir hier den Ritter der Stäbe. Das könnte jemand sein, mit dem du sehr viel Spaß hast. Es kann sein, dass du diese Person oder dass du darüber nachdenkst, diese Person zu treffen bei vielleicht auch Abendaktivitäten oder vielleicht gibt es auch Dates. Wenn es Dates sind, dann ist es aber eher so, hey, hast du mal Bock irgendwie wandern zu gehen oder hast du mal Bock? Es hat was zu tun mit Hobbys und Interessen, wo man sagt, hey, wir treffen uns, um jetzt Kegeln zu gehen. Wobei Kegeln ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Um irgendwas zu machen, was spannend ist oder interessant ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass du jemanden hast in deinem Leben, wo du sagst, ja, und wir treffen uns dann für Veranstaltungen. Wir haben uns letztens irgendwie getroffen für eine Veranstaltung, das war irgendwie ganz cool. Aber im Moment ist es alles recht locker. Wir haben zwar eine Menge Spaß, aber so weiterentwickelt sich das Ganze irgendwie nicht. Denn der Ritter der Stäbe spricht auch von einer gewissen Instabilität, wo man sich, oder was heißt Instabilität, aber das ist eine Energie, wo man sich vielleicht nicht bindet. Das heißt, du könntest hier einen Kumpeltyp haben, auf den du vielleicht ein Auge geworfen hast. Aber eben jemand, der sich vielleicht nicht bindet, der das Ganze eher so ein bisschen lockerer sieht oder vielleicht unter einem freundschaftlichen Aspekt oder vielleicht auch unter einer Affäre sieht. Für den einen oder anderen kann der Ritter der Stäbe auch eine Affäre sein. Der kommt und geht quasi, wann er möchte, braucht seinen Raum, braucht seinen Freiraum und das können wir hier ebenfalls haben. Gerade auch, weil wir hier die Sieben der Stäbe haben, kann das eine Herausforderung sein, dass jemand vielleicht gerade so ein bisschen auf Abwehrhaltung ist. Für all diejenigen, die gerade keine Person haben, die sagen, nee, ich bin selber gerade wirklich in so einer ganz neuen Energie, kann es sein, dass du einfach sehr dein Leben gerade genießt und sagst, oh ja, ich bin gerade echt irgendwie cool mit mir und ich mache tolle Dinge, ich treffe neue Leute. Du bist gefühlt offen, also gedanklich gesehen bist du wirklich offen, Menschen kennenzulernen und dich zu treffen. Auch mit dem Ritter der Stäbe in dieser Kombination, das ist wirklich sehr, sehr schön. Gleichzeitig, deine größte Herausforderung oder was dich blockiert, kann aber sein, dass du doch ein bisschen auf Abwehrhaltung bist und sagst, hey, solange alles irgendwie locker ist und spaßig, irgendwie cool, aber eigentlich so wirklich einlassen und jemanden eng ranlassen, möchte ich gerade noch nicht. Und das könnte da ebenfalls was sein. Emotional bist du dabei zu heilen. Die Vier der Schwerter ist absolut die Heilungs- und Erholungskarte. Auch da, ich habe das Gefühl, gerade für diejenigen, die gerade mit sich alleine sind, nimmst du dir deine Auszeit und sagst, hey, ich mache jetzt einfach die Dinge, die mir gut tun. Und bist dadurch gefühlt sehr am Heilen, weil du auch jetzt erstmal nicht in die nächste komplizierte Situation reingegangen bist, sondern dass du sagst, nee, nee, ich brauche erstmal wirklich auch eine Auszeit, um hier wieder in die eigene Energie zu kommen, zu Kräften zu kommen, etc. Für diejenigen, die hier schon Mr. Chameur, Ritter der Stäbe am Start haben, du sagst, ja, irgendwie, ja, da ist eine Person, aber es ist irgendwie alles ganz locker. Auch da habe ich das Gefühl, du siehst es aber recht entspannt. Ich habe das Gefühl, auch wenn du vielleicht über Treffen nachdenkst und schöne Zeiten zu zweit, so bist du doch aber emotional noch in dieser Heilungsphase, wo du dich mehr und mehr noch eigentlich erholst gerade und dir gefühlt auch doch auf gewisse Art und Weise eine Auszeit gönnst und sagst, ja, okay, ich nutze jetzt die Zeit auch, die ich habe, um zu heilen. Was ich hier mit der Karte umgedreht reinbekomme, das sind die Achterkelche. Ich habe das Gefühl, auf irgendeine Art und Weise machst du nochmal den Ausflug in die Vergangenheit. Ob das nur gedanklich ist oder ob Emotionen aus der Vergangenheit zurückkommen. Aber hier mit den Achterkelchen, normalerweise macht man Fortschritte, man geht nach vorne, man bewegt sich von Sachen weg. Ich habe das Gefühl, du schaust irgendwie emotional nochmal in die Vergangenheit. Entweder, sorry, entweder, das ist ja Kakao. Leute, ich sage es euch, ihr kennt mich, ich habe hier meinen Kakao liegen, in meiner Tasse, meinen Zeremonie-Kakao. Und ich glaube, der belegt tatsächlich meine Stimme. Es ist nur Wasser und Roh-Kakao, aber ja, anyway, hier, damit ihr einmal Rechtfertigung habt. Ich bin nicht erkältet oder sowas, es ist tatsächlich der Kakao, glaube ich. Packen wir die Karte schon einmal rum. Hier haben wir den Neumond im Stier. Also Neuanfang ist in Sicht, Wohlstand ist in Sicht, Fülle ist in Sicht. Ich habe das Gefühl, was hier in Sicht ist, ist vor allem auch ein neuer Selbstwert. Selbstwert, Stier ist Wert, Selbstwert, Wohlstand, die Fülle, die wir im Leben annehmen und akzeptieren können, hat etwas zu tun mit unserem Wert, mit unserem Selbstwert. Ich habe also das Gefühl, du gehst mehr und mehr in einen neuen Selbstwert über hier. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es hier nochmal eine Situation geben wird, wo du irgendwie, dass du irgendwie zurück in die Vergangenheit gehst mit etwas oder vielleicht auch überlegst, zurückzugehen in eine Situation, wobei es sich eher anfühlt wie Moment. Da gibt es noch Emotionen aus der Vergangenheit, die muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das ist das, wie ich es wahrnehme. Vielleicht um dann etwas zu verarbeiten. Vielleicht gibt es etwas, was du noch nicht emotional losgelassen hast. Aber ich habe das Gefühl, die Energie, die ich reinbekomme, das ist was aus der Vergangenheit hier. Unterliegend haben wir die Zwei der Schwerter. Und die Zwei der Schwerter ist immer, im Zwiespalt zu sein mit einer Entscheidung. Für den einen oder anderen Fisch kann das bedeuten, hey, ich bin gerade im Zwiespalt, will ich mich jetzt einlassen, will ich mehr, will ich nicht mehr, will ich nur Spaß haben. Ich weiß selber gar nicht so genau, wie ich zu dem Thema Beziehungen gerade stehe. Also da könnte es quasi einen gewissen inneren Konflikt, eine Unstimmigkeit geben, dass du sagst, ja, auf der einen Seite genieße ich das, aber auf der anderen Seite, hm, so. Es kann auch sein, dass es hier irgendeine Entscheidung gibt, die noch eine Rolle spielt. Eine Entscheidung, die vielleicht für dich gerade schwer zu treffen ist oder wo du gerade noch nicht genau weißt, in welche Richtung das weitergehen soll. Für all diejenigen, die das hier mit einer neuen Person zu tun haben, das kann sich natürlich darauf beziehen. Was ich jetzt aber einmal machen möchte, ist, dass wir, nachdem wir uns den Ist-Zustand angeschaut haben, auch geschaut haben, wie du grundsätzlich aufgestellt bist, die nächste Person anschauen, mit der du es zu tun haben wirst. Das heißt, wir schauen uns die Energie der Person an. Wird die Anziehung sofort da sein? Wie wird diese Person sein? Was sind Herausforderungen? Was unterstützt und wird helfen? Wann, wo, wie lernst du diese Person kennen? Für all diejenigen, die hier gerade in einer Situation sind, als Single, aber wo du jemanden triffst, kann es sein, dass sich diese Person gleich noch ein bisschen detaillierter zeigt. Und wir schauen dann auch, wie sich die Situation weiterentwickelt. Für all diejenigen, es kann auch eine ganz neue Person jetzt hier liegen, insbesondere natürlich für die, die gerade niemanden haben. Wir schauen uns dann auch noch mal Lernaufgaben an, die du jetzt gerade noch hast. Und Lernaufgaben, die noch auf dich zukommen werden, dann in der nächsten Situation. All das klären wir jetzt einmal in Teil 2 in der Erweiterung. Du kannst da zu Vimeo oder Patreon gehen. Unter diesem Video in der Infobox findest du die beiden Links. Der erste führt zu Vimeo, der zweite zu Patreon. Unter diesem Video hast du einen Pfeil oder das Wort mehr. Und wenn du darauf klickst, öffnet sich die Infobox. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib aber gerne noch mal ein paar Minütchen dran, denn wir schnuppern jetzt schon mal in die Erweiterung. Hallo, lieber Fisch, und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Erlegung, in der wir jetzt in die Tiefe eintauchen, in die Energien zwischen dir und der zukünftigen Person in deinem Leben. Und wir starten mit den Karten. So, wir geben als erstes einen guten Schuttle rein. Ich hatte das ja gerade schon auch auf YouTube gesagt. Wir gehen in einmal die Energie zwischen euch. Wie wird die Anziehung sein? Wird es sich sofort knallhart, Schlag auf Schlag, sag ich mal, ergeben? Oder ist es was, was sich über die Zeit entwickelt? Eigenschaften der Person, beziehungsweise wo die Person steht? Was sind die Herausforderungen? Was hilft und unterstützt? Wann, wo, wie wirst du die Person kennenlernen? Was gibt es für Zusatzbotschaften mit den Orakelkarten, auch bezüglich Lernaufgaben? Und wie entwickelt sich das Ganze weiter? Und ich habe das Gefühl, wisst ihr was, ihr Lieben? Das haben wir bei den anderen nicht gemacht. Aber, guck mal, ich bin immer so ein bisschen weiter oben hier, ne? So, aber ich ziehe jetzt die beiden Karten auch schon mal. So. Okay, und dann haben wir die acht der Münzen umgedreht und die... Was haben wir hier denn? Zwei der Kelche, okay. Harmonische Partnerschaft. Zwei Menschen teilen sich die gleichen Gefühle füreinander. Zwei Menschen haben die gleichen Werte, Visionen, Ziele im Leben, sind sehr harmonisch, sind auf Augenhöhe miteinander. Halleluja. Da wartet aber gefühlt eine sehr innige Partnerschaft, eine sehr innige Beziehung. Vielleicht sogar etwas, wo du sagst, hey, wir sind wie Seelenpartner, wir kennen uns. Das ist zack. Und wir greifen sofort hier Hand in Hand ineinander. Und als ob wir, ja, schon ewig uns kennen eigentlich. Wow. Also da sehen wir schon mal, es kündigt sich hier wirklich etwas sehr Harmonisches und sehr Inniges, habe ich das Gefühl an. Ich möchte einmal schauen. Wir haben Lektionen vom Uranus, wo du dich gerade noch durcharbeitest. Also, grundsätzlich kann es sein, dass du in deinen vergangenen Situationen, bezogen auf Liebe oder Beziehungen, oft vielleicht eine echte radikale Anziehung hattest und dass vielleicht auch eine große sexuelle Anziehung da war, die aber dann häufig auch mit einer gewissen Instabilität oder Unbeständigkeit und einem Detachment kommt. Was sagt man denn bei Detachment? Da sagt man immer, wenn man festhalten ist Attachment und Detachment ist quasi eine, wenn man das wieder loslässt, also man möchte sich quasi nicht binden. Die Thematiken, durch die du dich bisher durchgearbeitet hast und wo du noch so ein bisschen dran arbeitest, da geht es immer um das Thema Freiheit oder sich wirklich zu engagieren und fest zu binden. Also Freiheit oder Bindung? Freiheit, Bindung. Das ist das Gefühl, das, was so dein Thema im Moment noch ist und wo du dich, ich hatte das Gefühl, du bist da so am letzten Zipfel, das noch abzuarbeiten. Keine Erwartungen sind die besten. Purgen. Kurve. Musik Musik Phillips